Ja, guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Clutch of Gletsch mit mir dem Fred und heute wollen wir mal gucken, wie sich denn meine Base so schlägt. Ich hatte die ja gestern vorgestellt im Rahmen des Supersonntags bei der, ja ich hab's Town Hall 9 Hybrid Base genannt und wir wollen es einfach mal gucken, wie sich die so schlägt. Ihr seht es, 2075 Pokale, also ganz so schlecht kann sie sich nicht schlagen, ich bin jetzt schon in Crystal 3 und wir gucken einfach mal meine Verteidigung nach und ihr seht es, diese drei Verteidigungen, die ihr hier seht, sind alle, die ich hatte, seit ich diese Base habe und ich meine Minus, was sind es jetzt, 14 Pokale, das ist ja nix ey. Wobei er mich ziemlich gefickt hat, muss ich sagen, allerdings, wenn man sich das mal anguckt, 32 Schweine Level 5 und er hat mich nicht hundertprozentig kaputt gekriegt, muss ich sagen, so schlecht kann die Base wirklich nicht sein. Wir gucken uns den mal an. Also wirklich, das ist ja keine, das ist ja, es ist zwar eine etwas Anti-Hawk, aber nicht unbedingt so eine volle Anti-Hawk Base. Oh, so schnell wollte ich gar nicht. Deswegen ist es schon überraschend und vor allem diese ganzen Minions, ne. Die er hier auch noch hat, ei, 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 ah, waren dann doch relativ schnell kaputt, muss ich sagen. Die Luftabwehr hat definitiv ganze Arbeit geleistet. Ja gut, außen ist noch ein paar unterwegs, aber die sind jetzt auch gleich kaputt. Die halten ja auch nix aus, die Dinger. Ja, hat also gerade eben 51% geschafft und einen Stern. Finde ich jetzt nicht ganz gut, ich weiß auch gar nicht, wie hoch ich mit den Pokalen überhaupt noch gehen soll. Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch hoch bis auf Meister liege, ob ich es nochmal probieren soll, ob ich es nicht probieren soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Dann noch etwas zu den Besuchen. Ich habe noch was überlegt. Und zwar, schreibt mir einmal ziemlich viele Kommentare. Besuch mich, besuch mich, finde ich auch sehr gut. Ich habe mir mal überlegt, wir könnten das ja mal ein bisschen umändern. Und zwar, ihr könnt mir den Namen schreiben, unter das Video jetzt hier beispielsweise, unter dieses Video hier. Und dann schreibt ihr mir einfach mal, warum spielt ihr Clash of Clans? Warum spielt ihr Clash of Clans? Oder warum suchtet ihr Clash of Clans so und das zum Beispiel ein anderes Spiel nicht? Quasi, ich will ja mal sagen, was macht den Reiz aus dieses Spiels für euch? Also schreibt mir euren Namen, euren Clan-Namen, wie viele Pokale hat der Clan und so weiter. Und dann schreibt mir doch mal, wieso spielt ihr Clash of Clans? Was macht für euch den Reiz aus dieses Spiels? Das würde mich mal interessieren. Und dann werde ich natürlich mal wieder Leute aussuchen, die wir dann besuchen. So, was war denn mit ihm hier? Ja, er hat mich schon ziemlich kaputt gemacht. Allerdings auch nur einen Stern. Also, das Rad aus der Mitte, das soll geschützt werden. Ja, und das macht es dann schon aus. Ja, das ist ein bisschen außen. Das lief nicht so ganz, wie ich mir das verhofft hatte eigentlich. Hatte eigentlich gehofft, die wären effektiver gewesen, die... Ah, okay, ich hatte sogar noch Schweinreiter in der Clanburg drin. Das ist natürlich jetzt nicht so pornös. Und noch schön zwei Verteidigungsanlagen im Aufbau. Wobei man sagen muss, irgendwo muss doch jetzt gleich der Knackpunkt gekommen sein, warum man nur einen Stern geholt hat. Also, einen Stern ist ja im Grunde auch scheiße. Auch wenn du 80% holst. Ich meine... Ja, wie... Ich meine, guck's dir an, ey. Guck's dir an. In der Mitte nichts, ey. Nichts alles. Das Rad aus der Mitte ist schön unberührt. Da passiert gar nichts, ey. Da passiert überhaupt nichts. Es läuft ja da... Ah, der läuft... Deswegen, der läuft schön außen rum. Macht alles kaputt. Und das Rad aus der Mitte bleibt schön unberührt. Ja, deswegen, das ist das Geile. 20.000 Elixier. 33.000 Gold hat er mir abgenommen. Oder 40.000. Ein bisschen dunkles Scheiß drauf. Und... Das war's. Nix. X-Rathaus. Nicht mal ansatzweise auch nur berührt. Und ja. Das ist halt der Vorteil dieser Base. Und ich hab mir gedacht, die ganzen Japaner aus dem Gegner-Clan hatten diese Base. Und ich dachte mir so, warum? Warum haben sie diese Base? Und jetzt weiß ich's auch warum. Weil die einfach geil ist. Hier, für diesen Zweck ist die einfach geil. Ich hab da noch ein bisschen umgestellt. Hier sieht man's. Die steht in der Mitte. Der steht auch in der Mitte. Der ist jetzt noch im Aufbau. Mal gucken, was ich damit mache. Hm. Gute Frage eigentlich. Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir werden es sehen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich voll beladen. Oder wir sind voll beladen. Wir können jetzt einfach mal noch einen Angriff machen. Ich muss aber jetzt natürlich wirklich ein bisschen... Nein, nicht Synchrone. Können wir mal Schluck... Schluck... Schluck Kaffee trinken. Moment. Ja, ich weiß ich noch nicht genau. Wir müssen auf jeden Fall einen Gegner finden, den wir auch schlagen können. Und da beginnt natürlich auch der Spaß jetzt hier in diesen Regionen. Einfach einen zu finden, wo man auch überhaupt eine Chance hat, ihn zu schlagen. Das ist Punkt... Also das ist Punkt 1. Wenn ihr wirklich mal so hoch gehen wollt. Punkt 1. Ein Gegner, den man rein theoretisch schlagen kann. Punkt 2. Der hier ist eigentlich schlagbar. Hat auch 181.000 Elixier, was ich dringendst benötige. Und das steht außen. Da steht außen Kriterium 2. Da ist nichts drin. Da ist ein... Ja, okay. Den müssen wir uns holen jetzt hier. Den müssen wir uns holen. So. Hier machen wir jetzt was hin. Ah, los. Ich darf die... Ich muss die 20 Pokale holen, ey. Nein, 20 hole ich nicht. Ein Stern muss erstmal reichen. Und ein bisschen Elixier vielleicht. Dunkles kriege ich auch ein bisschen dabei. Dann kann ich in der nächsten Runde mal ein bisschen mit Schweinen angreifen. Auch nicht verkehrt. Ja, wobei... Ich habe beide Helden zur Verfügung. Wir werden sehen. Der müsste jetzt gleich mal Fratze sein, der Held. Ach, mach doch hin jetzt. Los. Zack, leider kaputt. Okay. Jetzt müssen wir hier mal antesten. Hier wird eine Bombe sein. Ja, da ist eine Bombe. Ist da vielleicht noch eine? Nein. Komm, da setzen wir jetzt mal eine hin. Alter. Oh, gut, dass ich den da hingesetzt habe. So, jetzt können wir mal zeigen, was ihr drauf habt hier. Meine kleinen, feinen Heldenfreunde. Ah, ich muss mich jetzt unbedingt mal konzentrieren. Wirklich mal. Jetzt muss ich mich wirklich mal konzentrieren und jetzt hier mal gescheit mal das angehen, damit wir jetzt hier nicht schludern. Ich darf mir jetzt keine Schwäche erleben hier. So. Und den auch sofort hinterher. Wir versuchen jetzt wirklich mal die Barbaren-Taktik. So. Barbar und Landsleute da hinterher. So. Bitte, bitte. Bitte, ich brauche zwei Sterne. Papi braucht zwei Sterne. Unbedingt. Ja, wenn ich während des Angriffs mal ein bisschen ruhiger bin oder nicht so ganz, ich muss mir ja wirklich mal, da muss man sich wirklich mal ein bisschen, da muss man sich wirklich mal ein bisschen konzentrieren. Jetzt, wenn die ganzen Truppen gesetzt sind, kann ich aber wieder ein bisschen mehr reden. Ja, zwei Sterne holen wir. Zwei Sterne holen wir, dachte ich. Oh, ey. Sie hat immer noch so da rumlaufen, ne? Die Bogenschützen, das ärgert mich ein bisschen. Ja, sollte aber eigentlich reichen. Das Elixier auch noch ein bisschen, ja. 165.000, das reicht auch erstmal. Brauchen wir gar nicht so viel mehr eigentlich an Elixier. Gucken wir mal, ob er aufnimmt. Die annimmt auf. Okay, wunderbar. Der Magier-Taktik ist jetzt gleich kaputt. Ja, boll, da ist er kaputt. Außen macht der Barbaren-Kartik. Da krieg ich noch ein bisschen Terz. Die Clan-Truppen werde ich mir definitiv aufsparen. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Scheiße, 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 scheiße. Mach doch hin, ey, ey, jetzt. Meine Fresse. Ja, sollte aber reichen. Ein Schluck Kaffee da drauf. Krieg ich jetzt 20 durch drei Pokale eigentlich? Ja, ne? Beziehungsweise zwei Drittel davon. Zwei Drittel der 20 Pokale. Einer wird dann durchgeschnitten. Huia, gut. Und noch ein bisschen Dunkles dabei. 2088 Pokale. Ja, sieht doch schon mal nach was aus. Und jetzt können wir auch quasi den nächsten Eingriff sofort mal vorbereiten. Nämlich einen Schweine-Angriff. Nein, ich hab nicht genug. Nein. Ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug Dunkles, scheiße. Da müssen wir dann auf jeden Fall noch was nachbauen. Und ja, ich wollte heute auf jeden Fall noch ein paar Besuche machen. Die sind dann allerdings natürlich noch unabhängig von dem, was ihr da schreibt. Weil ich ja dann diese Folge noch nicht, wahrscheinlich noch nicht online gemacht habe. Oh, das wollte ich nicht. Die Folge ist wahrscheinlich dann noch nicht online und deswegen kann ich da dann auch nicht drauf eingehen. Aber wie gesagt, wenn ihr da drunter schreiben wollt, was euch hier bewegt zu spielen, was diesen Reiz ausmacht, dieses Spiels, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir da mal drüber reden, ne? Und dann mal gucken, dass wir da mal, ja, dass wir da mal ein paar Leute auswählen vielleicht. Wählen wir mal was Neues. Und der Jojo ist noch hier, dem Gamer jetzt erstmal noch was. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute. Macht das gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Ähm, ja, Donnerstag Deutschland spielen, ne? Und noch, was wir auch noch machen wollen, Matthias und ich, wollen noch eine Runde Online-Hunger-Games-Minecraft aufnehmen. Einfach, ähm, ja, es haben ja viele Leute gesagt, du kannst ja gar nicht spielen. Nur weil ich diese eine Sache mit den Flaschen nicht wusste. Entschuldigung. Ich hab schon tausend Millionen Stunden Minecraft gespielt. Und ansonsten waren es immer Flaschen, wo dann auch wirklich XP oder Experience oder so draufstand und nicht Enchantment. Weil Enchantment ist für mich nämlich Verzauberung und XP ist halt Erfahrung. Ich weiß schon, was Experience-Flaschen sind, dass man die auf den Boden wirft und dass man dann Erfahrung kriegt. Das weiß ich schon. Ne, da stand halt nicht Experience, da stand Enchantment drauf, glaub ich, oder? Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Ansonsten, mia culpa. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Noch einen schönen Montag. Gleich noch Besuchsfolge. Ciao.